Nach einjähriger Sanierung wird morgen um 10 Uhr im Planitzer Schlosspark das historische Teehaus wieder eröffnet. Das 1789 errichtete Gebäude ist Bestandteil des Denkmalensembles Schlossberg-Planitz. Es ist eines der seltenen Beispiele des Rokoko in der Region. Nach Sanierungen in den Jahren 1866, 1935 und 1968-69 befand sich das Denkmal in den letzten Jahren in einem desolaten Zustand und war wiederholt dem Vandalismus ausgesetzt. Zwar bewahrte die 1998 erfolgte Neudeckung des Daches die Gebäudesubstanz vor weiteren Schäden, zur Gefahrenabwehr war das Teehaus jedoch mit einem Bauzaun jahrelang abgesperrt. Seit Ende 2013 wurde das Kleinod nun umfassend saniert und soll künftig insbesondere als Klassenzimmer im Grünen vom Klarawik-Gymnasium genutzt werden.